moin leute was geht mein name ist youtube gamescom auf der playstation 3 ja ich habe heute mal wieder ein playstation psn freundes listen video vorbereitet und ich habe sogar ein ja abonnent von mir heute also ein abonnent von mir hat heute was geschrieben denn die nexo und zwar hat er mir geschrieben hey digga wollte fragen ob du mal mein kanal namen infektion in einem deiner video sagen könntest finde es doof dass du die ganze arbeit für so ein video umsonst war das war's auch rein und macht weiter coole lustige videos danke lieber nie nexo ich glaube ich habe dich jetzt schon erwähnt den namen könnt ihr glaube ich alles sehen denke ich mal schon wenn ihr keine an alphabeten seid dann funktioniert das schon das war nie nexo und ich dachte ich mache heute mal ein ganz besonderes psn freundes listen video weil es gibt die psn freundes listen videos die laufen so die sagen einfach doch so nein das ist bei mir ganz anders leute ich mache weil ich einfach spaß habe ich habe nur noch ding und er drin wie schon gesagt da ist ja nie nexo da haben wir sogar noch ein den werde ich jetzt auch mal annehmen ich hoffe dass ich jetzt ihn annehmen kann ich hoffe das funktioniert jetzt einfach wenn ihr wenn ihr eine freundes anfrage von mir wollt dann einfach mal hallo schreiben oder hallo darf ich dich adden oder kannst du mich adden damit ich auch eure id seh sonst vergesse ich das immer weil ich sag ja immer ich nehme die leute an blablabla so lucia 07 taphammer hier dennis paller der hat mal einen song gemacht commander krieger song habe ich das mal dann an der hand der hat mal so gesungen na 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 ja na 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 gosh danada na r ellas gost mackeren br das patient man nicht einfach großartig er hat talent er hat einfach der hat das patient kasten der kann mehr als mein lehrer der ist echt cool marius mark 1904 die zwei brüder sind richtig cool ja richtig coole leute cooles bild dieser komische dax da echt coole typen sind das marius mark 1904 wenn ihr die irgendwann mal in der black ops lobby sind seht ja bitte sagt mir doch einfach mal sagt einfach hey ist doch marius mark 1904 einfach mal so sagen aber das sind echt coole typen also wenn ihr die sieht sofort ansprechen du die boi 98 haben wir hier tribune 25 hat sogar einen eigenen clan montana black 88 ich glaube zudem müssen wir gar nichts mehr sagen der ist ja inzwischen so ein extrem bekannt jeder kennt ihn weil er hat schon über 1400 abonnenten ich wünsche dir auf jeden fall noch weiter viel glück auf die nächsten 5000 abonnenten mark 88 114 21 ist ein sehr treuer abonnent von mir ja ja er ist einfach er ist einfach cool der ist einfach cool der typ der hat einfach drauf xx las xx number one das ist der pro und jetzt sage ich echt mal was las und alle freunde die lasken las ist echt ein korrekter typ das ist ein richtiger sniper schütze ich habe echt respekt vor dem und bitte wenn ihr den irgendwo in der lobby steht dann sagt hey das ist der beste weil las du bist ein pro du bist der king sniper und wurst nur mob geschafft in mw3 in dome ich bin zeuge jammern du hast es drauf ja da haben wir natürlich nur heute 2000 ich kann es nicht alle erwähnen das tut mir auch leid donkia mora moin moin erst mal weg so tics lx und amora ich finde ich cool und lupuswurz 18 vom hamburger hänger clan jetzt scheiden sich die geister ist er bei den hamburger hänger clan schreibt es doch mal in die kommentare vielleicht kann sich sogar alberto mal einmischen pixler lp ist dabei alex cookie kx shadow 45 der gute alte jam ja gute alte freunde hier alle die ich kenne ich kann es nicht alle erwähnen obwohl ich alle kenne las goldfisch glaube ich den kanal gibt es gar nicht mehr den gibt es nicht mehr da wurde mir irgendwas gesagt dass ich ihn löschen soll weil er hat ja als xx las gut dann werde ich das mal machen dr don die chaoten ad jawohl 476 und lauri da kann auch nicht der gauner weit sein gamer zocker natürlich ganz coole leute dabei wunderbar ich sage tschau leute haut rein das war mein playstation psn freundes ist ein video ich hab's euch gefallen dratsch und latsch lalala bis in zwei tagen